Hi Leute, ich bin's wieder, die Steffi von Kammerjäger Tobias Käufl. Ihr wollt bei schönem Wetter draußen auf der Terrasse oder auf dem Balkon frühstücken und bemerkt Wespen? Tja, wie halte ich sie am besten von meinem Frühstücksteller weg? Ganz einfach, nimmt euch einen kleinen Unterteller, tut auf diesem Teller dann ein, zwei Kleckschen Marmelade, Nutella oder auch Honig drauf und stellt die von eurem Tisch, wo ihr frühstückt, einfach ein bisschen weg. Denn so stören euch die Wespen nicht bei eurem Frühstück und sie können aber ungestört dann an dem kleinen Unterteller mit Marmelade oder Nutella ihre Nahrung aufnehmen. Nur so vermeidet ihr lästige Wespen beim Frühstück und die Wespen freuen sich auch. Ihr habt noch Fragen dazu? Dann abonniert unseren YouTube-Kanal Kammerjäger Tobias Käufl oder schreibt uns über unseren WhatsApp-Support, gerne über Facebook oder auch Instagram. Ich freue mich auf euch. Bis bald, eure Steffi.